Hallo liebe Fußball-Quiz-Freunde, hallo liebe FC Bayern-Fans! Heute habe ich 10 spannende Fußball-Quiz-Fragen über Harry Kane, den Stürmer vom FC Bayern. Wie gut kennst du Harry Kane? Dann viel Spaß mit dem Fußball-Quiz! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, liebe FC Bayern Fans, hat euch das Hurricane Fußball Quiz Spaß gemacht? Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Ich danke für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners FC Bayern Ecke. Dann viel Spaß noch mit meinen FC Bayern Quizzes. Bis dann. Tschüss.